Fuck, aktivierte ich nochmal die Tiger Stance und bevor das Ding kurz vorm Auslaufen ist, hau ich ihn drauf und aktiviere jetzt gleich nochmal Double Penetration, motherfuckers. Ich gebe nochmal auf, ne? Boom! Ja. Triple Penetration. Hast du das Video schon angeschaut? Auf YouTube? Ne, ne, feine. Ich hab so geil, dass es eins gibt. Doch, ich hab's schon hochgeladen. Geht ja jetzt schneller bei mir. Ja. Das ist der Oldschool Malzahaskin. Natürlich, den gibt's gar nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Hab ich auch. Kann sein, dass es den nicht mehr gibt, ja. Der Gelbe. Aber Malzahar, find ich, ist so'n AP-Carry wie Quinn-AD-Carry ist. Wieso? Sieh den nicht so oft. Haha, geil. Naja, die Oldie ist halt, weißt du, das kann halt, weiß auch nicht. Kannst halt einen festnageln und dann... Ich weiß auch, wie jeder Malzahar gespielt hat. Ja. Ich find Malzahar immer noch cool, so ist es nicht, aber... Wieso hab ich ein AP? Okay. Ich frage es, warum nicht? Äh, let's admire me for a bit, because I'm Draven. We didn't Malzahar in this game... Da 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 da... Okay. Ich würde ja gerne mal sick anmachen, du hast mir von YouTube wieder geblockt. Weißt du, das ist halt ein Problem. Du Pornblock. We didn't fuck this file. We are timeless. We are timeless. Draven does it all. Weiss. Weiss. Ever seen yourself. Come on, boy. 30 seconds until minions spawn. ... ... ... ... Emanating fire really cuts down on comfy nest options. All I see are soon to be ashes. All I see are soon to be ashes. All I see are soon to be ashes. Draven. Draven. RIP. As was foreseen. Who wants some Draven? RIP. 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 Junge, er hat gar nicht angegriffen. Er hat einen Kuh gebraucht und ist gleich wieder abgehauen. Entschuldigung. That's how he rule. If you don't want to do damage, just tell me. Damage. Oh fuck. Haha, I'm an idiot. Du lebst noch. Ich pushe zu hart, ich habe Angst. Schon Nuno? Okay. Du 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 du. So I don't care. Ja, Nuno stop. Wird irgendwo gewordet so? Ich hab auch Ulti, ne? Das heißt, eigentlich war's ein Freekill überall. Also in Mitte möchte ich damit eigentlich. Ich flasche mich hin und Ulti. Du meinst ein Heal dran, ein Heal dir. Nuno kommt wahrscheinlich Ronda. Vielleicht aber auch nicht. Er weiß doch schon. Keiner kann Udo spielen in dem Scanner. Natürlich, klar. Wer jetzt bei der Höhe der Schuld ist? Na, unser Cangler. Natürlich. Also wer ist unser Cangler? Du bist unser Cangler. Ich. Okay? Okay. Wir machen eine krasse Action. Beinahe hätte ich geflasht. Das ist eh total boring. Ich mach immer nur ein paar Autohits, mach mir eine solche drauf und warte. Das ist. Das war's für heute. Nein! Don't tell me! Das ist Nuno! Hab Schuss! Nuno hat gerade mein Bruder! Wieso guckt man eigentlich nicht so oft durch den Werber? Wenn man dann wahrscheinlich das Video nachher nochmal anschaut, ne? Oh mein Gott, da war ja überall Nuno, ne? Ulti Ich, ich push mal nicht! Das ist sweet! Ich hab nicht gepuscht! Oh Gott, sie kommt da auch! Ich komm, ich komm, ich komm! Ich bin weg! 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 Ich weiß nicht, wie es die Steuerung geht! Das sieht nicht so aus, als ob ich da was zu gank habe! Nicht mehr so! Ach, eigentlich brauch ich gar nicht back! Ich hab volle HP, ich hab Mana, ich kann farmen! Weißt du? Ja, einfach push, push! Ja, ja, dann mach ich eigentlich gar nicht! Push! Die, die! Dragon! Damage! Turtle! Tiger! This is fair! Okay! We are timeless! Here are the luchses! Good job! Uuuh! Ich hab grad nochmal Turtle hochgeskillt, damit ich überleben kann! Haha, geht schon! Okay, aber back here! Ich bist so stupide gerade! Oh mein Fehl! Ich will dir was klauen! Nein, doch! Das verreikt, lieber! Faktion, okay! Kann ich! Ich sterbe! GG! Haha, GG! Haha, GG! Das ist nochmal alt, ne? Anime-Mittleser! Oh Mensch, das ist immer so ungewohnt! Bist du still? Ist geil! Ich muss mich konzentrieren und Äxte fangen! Haha! Das ist schwieriger als ich dachte! Ah, Kettmann! Kenn ich, ja! Kenn ich! Au! Unser Twitch! Pfui! Ich kann nicht riskieren! Wo ist... ist Busch geworden und irgendwo? Ich hab keine Ahnung! Fakt, Crash! Na! I don't ask random Wops! He hat mein Fehl gefress! Heheh! So ein Arschwop! Heheh! Heheh! Hehe! Harte! I don't ask random Wops! We are timeless. Ich bin ohne Spot, aber ich bin auch da. Gut, epic Counter-Gang. Ja. Oh, look's out. Oh dammit. Just run! Oh god. Noch nicht. Spirit Guard in mich! Ich bin ge... Exhausted worden. Nein, das Counter-Gang. Ich hab nicht gehört, die Leute wegrennen, aber wir sind noch mal reingegangen. Mit Tower-Dial? Wahrscheinlich nicht. Doch, könnte ich vielleicht vorhaben. Nur vier Malzbeer ist hier. ... ... ... ... ... ... Ich will die Ales, oh, danke. Boah, solche. Ich habe einen Luxe-Ulti, aber ich glaube, hier. F***, soße. Ich mag mich so etwas. Nice. Ich bin Udi, Alter. Wie soll ich denn sonst gehen? Ach. Ich bleibe noch. Ach! Ja, ne? Brauchst du den? Ja, ehrlich gesagt schon. Adi, was? Egal. Ich wollte euch nur Feucht damit bewirken. Ja, ne, wie du. Egal. Udi, Hart-Mana-Dependent. Bei Malt-Pier gilt eigentlich wegen der solche. Gibt der Mana zurück. Gibt ihr immer noch Mana zurück? Ja, ne? Ja. Ja, gut. Ja, schlimm wenn es nicht mehr so wäre. Ich glaube, der Malt-Pier einfach so unterpowered. Ja, auf jeden Fall. Guck, dass ich ihm kein Reddorf gegeben habe, sage ich nur. Ja. Ich bin nicht mehr so. Nope. Ich komm hoch. Mein Farn! Gleich freue ich mich ne solche reinwerfen. Ja. Take it, bitch. Oh, Lux. Wollen wir reinflaschen und tönen? Oder wollen wir irgendjemanden tönen in der Mitte? Ja, weiß ich nicht. Fuck, süß. Los. Loll. Okay, lass mal. Hier ist tot, hier ist tot! Lassig! Was back! Aus dem Tower! Ey, Leute! Der ist ja auch fast tot. Oh ja, oh ja! Oh mein Gottes! Nice! Ich will noch nicht treffen, warte. Genau! Ja genau, immer! Ja genau! Ja genau! Ja! Weg, weg! Er renn einfach! Ich renn, ja! Dammit, das war mein Fehl. Weißt du, ich dachte wir hätten so die, ne? Die Mechanics. Ja, die Schmechanics. Aber irgendwie... Aber er ist Tiger-Fan, da will ich nicht so. Na komm. Hab ich gemerkt. Ja, ich muss nicht mal Wards kaufen. Weißt du, mach ich selbst im Normal, gell? Zwei Stück. Auf beiden Seiten. GG. Komm, komm. Mal Skull zuschauen für die Kamera. Oh, schon für Ball. Mal runter schauen. Skull, mach was. Ein bisschen Bild. Ich fang Exes. Hi Ma'am! Look at me! Ich könnte im Zirkus auftreten. Wir diven ihn gleich. Er hat schon ulti gemacht. Yes! Keep attacking. Und die Masse schreit. Draven, hör auf! Er findet dich scheiße! Skull out. Oder auch nicht. Wenn ich nur nicht so viel Mana verwasten würde bei den ganzen Falcons, würde ich das nicht facken. Soooo. Herrgott im Himmel. Die zweite Seite, wenn sie besitzt. Das wurde ich mal gekonnt. Zeig ich. Run Skull! Run! Ich hab die 3 erbootet, also ich bin unstoppable gegen Slows. Das ist ein schlauer Motherfucker. Das war's für mich. Das war's für mich. Danke. Wir haben nicht geholfen. Wir haben nicht geholfen. Wir haben nicht geholfen. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Du musst mal Champion in Dota schreiben. Die Rast und sowas. Das war's für mich. Wieso? Ja, weil das halt ein LOL-Ding ist. Oh mein Gott! Das sind Heroes! Ich hab die Champions! Was passiert wenn du Characters sagst? Hm. Interessante Frage. Oder Persons läuft. Rofel, Persons. F***. F***. Du nun. Bisher haben wir uns immer gegenseitig im Counter-Jungle. Aber die sind halt eher am Blue-Buff im Vorhersprung. Oh leil nein. Oh leil nein. Jetzt hast du ja am Blue-Buff, Max. Die sind so f***ing low. Ich hatte einen Blue-Buff. Ich hatte einen. Ja. Mach einen Tower-Down. Oder ein bisschen zwei Tower. Bin ich sehr zufrieden. Crave? Ja. Dann mach mal. Was denn? Tower-Down. Ja mach ich. Okay. Und wer ist noch der nächste? Deswegen ist es richtig Gold. Ja genau. Ja. Schulters Minion. Gecatcht. Oh mein Gott. Ich bin ein Drache. Oder auch nicht. Dankeschön. Fehlt mir immer noch ein bisschen was. Aber hey. Du bist ein Crash-Hooks. Kommt mir! Crash? Ja ok. Lass uns das machen! Das hat doch gelacht, oder? Klar. Siehste? Ah, siehste mal! Nur wegen Milds, wir haben die erste Reaktion. Scheiße. Die Uli's machen ja das Game. Draven! Milds, victory! Aber Tiger-Sands und wir machen's deutsch!